Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohr-Technik. Mit Wasser kann man allerlei Blödsinn machen. Man kann zum Beispiel so einen Turm aus Dosen mit so einem Wasserstrahl wegpusten. Macht unheimlich Spaß und wir sehen dabei Wasser hat eine ziemliche Kraft und natürlich wissen die Ingenieure wie man diese Kraft auch in Formeln fassen kann. Hier steht diese Formel und zwar ist das der Impulssatz. Also die Kraft die dieser Wasserstrahl ausübt hängt davon ab welche Dichte der Strahl hat und vor allen Dingen wie viel Wasser wir spritzen und mit welcher Geschwindigkeit es auf das Ziel auftrifft. Also viel Wasser mit hoher Geschwindigkeit erzeugt besonders große Kräfte. Ja und jetzt brauchen wir nicht immer nur Dosenstapel um zu sprühen sondern wir können uns beispielsweise auch vorstellen dass wir so ein drehbares Rad mit Flügeln haben und wenn wir den Wasserstrahl darauf richten auf eins dieser Flügel dann fängt das Ding natürlich an sich tierisch schnell zu drehen. Ja und die Bohrer die haben diesen Effekt auch beobachtet und die haben sich überlegt ob man mit diesem Impuls der Bohrspülung nicht auch irgendwie einen Bohrmeißel antreiben kann dass der sich auch so schnell dreht. Ja und natürlich geht das irgendwie nur muss man eben zusehen dass man das Ganze in ein dünnes Rohr einbaut weil ein Bohrstrang ja nun mal ein rohrförmiges Gebilde ist und die Ingenieure die haben dann zunächst in die in das Außengehäuse des Rohres solche Leitbleche eingebaut das ist der Stator und diese Leitbleche richten die Spülungsströmung so aus dass sie in einem bestimmten Winkel nämlich möglichst senkrecht auf die Schaufeln des Rotors draufstoßen. Hier ist der Rotor und der Rotor sitzt im Stator und vielleicht kann man das hier erkennen dass die Spülung wenn die ausgerichtet ist im Stator so auf die Schaufeln des Rotors prallt dass der Rotor sich anfängt zu drehen und damit kann man natürlich Antriebsenergie für den Bohrmeißel erzeugen. Jetzt ist allerdings eine so eine Turbinenstufe nicht besonders stark die erzeugt nur ein bisschen Kraft aber man kann viele solche Turbinenstufen hintereinander schalten und mit jeder zusätzlichen Turbinenstufe erhöht sich das Drehmoment dieser Bohrturbine so wie wir das hier sehen das kann ziemlich langes Element insgesamt werden. So eine Turbine erzeugt sehr hohe Drehzahlen zumindest wenn sie nicht viel Drehmoment erzeugen muss. Wenn wir also den Bohrmeißel gar nicht auf der Sohle haben sondern von der Sohle abgehoben sind dann dreht sich so eine Turbine sehr sehr schnell. Wenn wir die Turbine dann auf die Sohle fahren der Meißel in die Formation greift dann wird die Turbine allerdings langsamer und wenn wir die Andruckkraft noch weiter erhöhen kann es im Extremfall sogar passieren dass die Turbine still stehen bleibt obwohl wir immer noch Spülung durchpumpen. So ein Rotor-Stator-System ist offen da geht auch Spülung durch wenn sich gar nichts bewegt. Ja und besonders schlapp ist so eine Turbine wenn wir wenig Spülung nur zur Verfügung haben und wenig Spülung durchpumpen dann bleibt sie noch viel früher stehen als es bei einer hohen Spülungsrate der Fall ist. Aber trotzdem hat eine Turbine einen ganz großen Vorteil im Gegensatz zu einem Bohrmotor denn eine Turbine enthält keinerlei Gummiteile und deswegen kann so eine Bohr-Turbine auch wunderbar in allen Bohrungen eingesetzt werden wo es sehr hohe Temperaturen gibt. Zum Beispiel bei sehr tiefen Geothermie-Bohrungen wo Temperaturen von 200, 250 Grad oder sogar noch mehr herrschen. Überall da funktioniert die Bohr-Turbine am besten wie gesagt weil die keinerlei Kunststoff oder Gummiteile enthält. Das und noch viel mehr über Meißeldirektantriebe lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier in Freiberg und wir würden uns über jeden freuen der uns dabei besucht. Glück auf!